Moin moin ihr Lieben! Es gibt seit ein paar Tagen eine Toolbar-Log-In-Bonus-Bestätigung. Ich bekomme 800 EP jeden Tag, das finde ich ziemlich cool. Mich würde mal interessieren, was ihr bekommt. Das hat ja mit dem Level zu tun, weil ich bekomme schon sehr lange 800 EP. Wann bekomme ich denn mal 900? Wenn ihr das wisst, bitte in die Kommentare schreiben. Außerdem gibt es Neuigkeiten auf Bahamarama. Naja, was heißt Neuigkeiten? Ich habe die 200.000 Palm-Penny-Grenze geknackt gestern Morgen. Und werde, wenn dann die Farm-Union irgendwann mal kommt und nicht noch dreimal verschoben wird, werde ich eine Million Moos-Penny bekommen, was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Ich werde dann das erste Mal zur Multimillionärin. Das hat es auch noch nicht gegeben. Beim Fußball-Event habe ich heute meinen zweiten Elch bekommen. Den ersten habe ich ja schon am Wheel erdreht vor einiger Zeit. Und jetzt habe ich meinen zweiten Elch. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es bis zum Elch bringe. Ich habe es nicht drauf angelegt. Ich habe nicht öfter geerntet als sonst. Ich habe mir Eisbecher schicken lassen. Ich habe die Pokale kein einziges Mal umgestellt und habe den Elch geschafft. Und das finde ich doch schon echt cool. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich zugeben. Ja, dann gibt es noch eine ganz kleine Neuerung. Mit dem Update beim Sommerfest wurde das geändert, dass der Misstaufen auch bis 110 ging. Der hat sich ja mit der Rune, als wir 110 Wasser haben konnten, hatte sich der Misstaufen mit verändert auf 110. Jetzt haben sie ihn wieder runtergesetzt auf 100. Ich verkaufe den sowieso immer. Von daher ist mir das egal. Mehr gibt es heute nicht zu berichten. Ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.